Judas schrieb einen Brief, allerdings nur wenige Zeilen, aber gefüllt mit den kräftigenden Worten himmlischer Gnade. Und das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung von dem, was den Judasbrief ausmacht. Auf der einen Seite sieht man schon, es sind sehr kräftige Worte, vor allem Worte, die gegen die Irrlehrer gerichtet sind und da auch enttarnen sollen. Aber gleichzeitig geht es eben auch um eine himmlische Gnade. Und diese Worte sollen kräftigen, um gerade festzustehen in der Gnade. Der australische Baptistenprediger und neuntestamentliche Lehrer Douglas J. Roston, er bezeichnete den Judasbrief einmal als das meist vernachlässigste Buch im Neuen Testament. Und man muss schon sagen, der Judasbrief, es gehört nicht zu den beliebtesten Briefen. Ein Großteil dieses Briefes ist eine recht heftige und auch irgendwo betrübende Beschreibung der Irrlehrer. Und es handelt über das Gericht Gottes, was über sie kommen wird. Doch wir dürfen uns nicht davon irritieren lassen, der Brief insgesamt geht um das Thema Bewahrung. Gerade inmitten oder im Angesicht der Bedrohung falscher Lehrer, gerade inmitten von so manchen Verlockungen, Versuchungen, Verblendungen, dass auf der einen Seite ein Aufruf ist, da wo wir einen guten Weg begonnen haben, dass wir auch zu einem guten Ende finden, dass wir den rechten Weg bewahren, aber auch einen Hinweis und eine Stärkung, dass es nicht in unserer Kraft ist, sondern dass es gerade Gott ist, der in Gnade bewahrt. So, lasst uns einmal ein paar Hinweise zu diesem Brief insgesamt betrachten. Zum einen, wer ist der Autor? Er beschreibt sich Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. Wir finden im Neuen Testament verschiedene Judas, nicht nur den Judas Iskariot, sondern auch noch einige andere. Aber der Autor dieses Briefes, er hat noch eine Hinzufügung, und zwar Bruder des Jakobus. Und der einzige Jakobus, der damals so bekannt war, dass im Grunde diese Bezeichnung ausreichte, war Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Und wir finden tatsächlich auch in den Evangelien eine Beschreibung, dass Jesus mehrere Brüder hatte und sein jüngster Bruder scheint Judas zu sein, der auch hier diesen Brief geschrieben hat. Und das ist interessant, dass er eben nicht sagt, Judas, Bruder des Herrn, sondern er nennt sich Knecht Jesu Christi. Und das ist sicherlich keine natürliche Wendung, welcher jüngerer Bruder nennt seinen größeren, älteren Bruder gerne Meister oder Herr und sich selbst einen Diener oder Knecht. Aber hier zeigt sich, dass wichtiger als diese familiäre Bindung ist ihm diese geistige Verbindung, dass er zum Glauben gekommen ist. Auch wenn er zu Zeiten, wo Jesus agierte, durchaus einiges nicht so verstand, überhaupt die Familie, sie kehrte sich irgendwann von Jesus eher ab und hatte ein anderes Verständnis von seinem Dienst. Aber nach seiner Auferstehung ist der Herr dem Jakobus begegnet und wahrscheinlich in einer ähnlichen Weise auch dem Judas. Nun, wir erfahren, dass er sich Knecht Jesu Christi nennt. Er weiß, Jesus, er ist nicht nur ein Mensch und mein Halbbruder, vor allem ist er der Gottmensch, der Erlöser und ich bin sein Diener oder man kann auch übersetzen sein Sklave. Ich gehöre ganz dem Herrn. In 1. Korinther 9, Vers 5, da schreibt Paulus, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers. Also auch hier erfahren wir, dass mindestens zwei Brüder von Jesus auch mit ihren Frauen einen evangelistischen, missionarischen Dienst hatten und umhergezogen sind und genau, man geht davon aus, dass es Jakobus und Judas waren, die er hier auch im Speziellen im Sinn hat. Wer sind die Empfänger? Auch hier haben wir das gar nicht ganz so eindeutig oder klar, sondern Judas schreibt, den Berufenden, die in Gott, dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Also er nennt sie Berufende, Geliebte und Bewahrte. Vermutlich schreibt Judas tatsächlich an mehrere ihm bekannte Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Das waren Gemeinden, die der Apostel Paulus betreut hat und auch der Apostel Petrus hat zwei Briefe geschrieben an diese Gemeinden. Und es wird vermutet, weil es gerade so einige Übereinstimmungen gibt, auch von dem Judasbrief mit einem Teil des zweiten Petrusbriefes, dass es hier wahrscheinlich auch an die gleichen Gemeinden gerichtet war und es ist eigentlich auch ein schönes Zeugnis, dass sowohl Paulus als auch Petrus und Judas hier diese Gemeinden ein Stück weit betreut haben und das Ganze in einer großen Einmütigkeit. Und wir hatten das schon beim zweiten Petrusbrief gemerkt, dass Petrus sogar die Briefe von Paulus rühmt und sie als Schrift, also als biblischen Kanon zählt und auch Judas wird noch positiv von den Aposteln sprechen. Also hier ein schönes Zeugnis, aber wie gesagt, es sind keine einzelne Gemeinde, jetzt wie in Philippi oder in Korinth, sondern es sind wahrscheinlich mehrere Gemeinden und trotzdem ist es auch nicht, es ist einfach nicht einfach so irgendein Rundbrief, ja, wer es lesen will, soll es lesen, sondern Judas hat durchaus auch eine ganz spezielle Situation vor Augen. Der Anlass ist nämlich, er schreibt hier in Vers 3, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Judas weiß also, eigentlich hatte er die Absicht, vielleicht ein ermutigendes, aufgebautes Traktat zu schreiben über das gemeinsame Heil, was es heißt, zu Christus zu gehören und zu ermutigen, dass wir Vergebung erfahren haben und dass wir in der Kraft seines Geistes vorangehen können und irgendwie eine Schrift, einen Brief über das gemeinsame Heil, über unser gemeinsames Heil. Aber dann sagt er, jetzt war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also hier plötzlich bekam er Informationen, bekam er Neuigkeiten über den Zustand so einiger Gemeinden dort in den Gegenden und er merkte, oh, ich muss hier dazu ermahnen, dass sie für den Glauben kämpfen. Das heißt, dass sie nicht für den persönlichen Glauben an und für sich, sondern, dass sie erst einmal für die richtige Lehre kämpfen, dafür einstehen und das hat natürlich dann wiederum auch einen Effekt auf den persönlichen Glauben, was man glaubt und wie man im Glauben steht. In Vers 5 schreibt er, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern. Also, auch hier, Judas weiß, es ist gar nicht unbedingt etwas, was so ganz Neues, was ich euch schreibe, aber in dieser bedrohlichen Situation, in dieser Situation, wo ihr vielleicht auch versucht werdet, irgendwie Glaubensinhalte ein bisschen zu verdrehen oder anders zu verstehen, ist es wichtig, zu erinnern und ein Teil dieses Kampfes für den Glauben ist eben diese Erinnerung. Erinnerung an das, was im Wort Gottes steht. Wir wissen nicht genau, wann dieser Brief geschrieben wurde. Natürlich aufgrund der Kürze und auch dadurch, dass es nicht von einem Apostel geschrieben wurde, hat es sich auch nicht ganz so rasant verbreitet wie manche andere Briefe. Aber man geht davon aus, dass es wahrscheinlich kurz nach dem zweiten Petrusbrief geschrieben wurde, eben weil es dort einige Ähnlichkeiten gibt, einige Bezüge und das ist wahrscheinlich kurz nach dem Tod von Petrus geschrieben wurde, in der Mitte der 60er oder Ende der 60er Jahre, vielleicht noch Anfang der 70er im ersten Jahrhundert. Nun wollen wir einmal durchgehen. Wir haben in den ersten vier Versen Gruß und Anlass. Haben wir gerade schon gelesen. Er begrüßt und hier gibt es hier noch einen Segen dazu. In Vers 2 Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. In Vers 3 finden wir dann den Anlass, für den Glauben zu kämpfen, also für den Glaubensinhalt. Und er sagt, der wurde ein für alle Mal überliefert. Das bedeutet, das ist nicht einfach irgendetwas, was sich immer weiterentwickelt. Jeder, der irgendwie eine neue Vision hat, kann ein bisschen was dazu fügen, sondern was hiermit gemeint ist, die Apostel haben die wesentlichen Glaubenslehren ein für alle Mal überliefert. Da wird nicht irgendwie weiter daran rumgebastelt, sondern das, was das Evangelium ausmacht, das, was wir über Christus wissen sollen, das ist überliefert ein für alle Mal. Das heißt, hier ist ein klares Fundament gesetzt und was an dem nicht gerüttelt werden darf oder was nicht einfach verändert werden darf. Und dann schreibt er, der ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben. Also diese Überlieferung ist für die Heiligen, die an Christus glauben. Das ist nicht für die Gottlosen in dem Sinne, sondern die Apostel, sie haben es für die Gemeinden, für die Christen überliefert, dass sie darin ein für alle Mal eine klare Grundlage haben, was sie glauben können und so ihren persönlichen Glauben an den klaren Glaubenslehren knüpfen können. In Vers 4 finden wir dann eine Zusammenfassung, der Kennzeichen von diesen Irrlehrern. Er schreibt ja, Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Also hier gab es Menschen, er sagt hier gewisse Menschen, die haben sich heimlich eingeschlichen, das heißt, sie geben sich für Christen aus, die gehen in die Gemeinde, sie singen mit, sie beten mit, sie haben vielleicht sogar irgendeine Art Bekehrungserlebnis, von dem sie berichten und sie sind so Teil der Gemeinde, aber sie haben sich heimlich eingeschlichen, das heißt, hier ist eine List dabei, es ist eigentlich etwas, was ihnen gar nicht zusteht und eigentlich steht ihnen das Gericht schon längst zu. Denn sie verkehren die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung. Also sie benutzen die christlichen Lehren von der Vergebung der Sünde, von der Gnade, die in Gott ist und bringen das als Rechtfertigung dafür, dass sie ein völlig sündiges und ausschweifendes Leben führen können, dass sie all ihren Lüsten und Gesinnungen nachgehen können und dass sie kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie so in Sünde leben. Und offensichtlich war das ein Problem in den Gemeinden, dass sie nicht sofort gesagt haben, halt Moment, das geht hier gar nicht, du kommst sofort unter Gemeindezucht, sondern irgendwie hatte das etwas Anziehendes oder etwas Verführerisches, wie sie ihr Lebensstil rechtfertigten, wie sie irgendwie die Gnade in einer Weise erklärten, wo plötzlich alles erlaubt ist und es keine Grenzen mehr gibt und irgendwie hatte das diese Kraft, diese verführerische Kraft, auch irgendwie Christen von ihrem Glaubensstandpunkt abzuziehen. Und deswegen beschreibt Judas hier die Kennzeichen und er fasst die zusammen. Er sagt, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebietern und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Also sie sind gottlos, sie haben keine Gottesverehrung, sie lieben und ehren er sich selbst und ihre eigenen Begierden und nicht den allein wahren Gott. Und dann haben sie ein ausschweifendes Leben, sie haben keine Beherrschung weder in ihrem Leben noch in ihrer Lehre, sie suchen nur die Freiheit umzusündigen, und sie sind verleugnerisch. Das heißt, sie geben in ihrem Leben kein Zeugnis davon, dass sie Jesus als Herrscher dienen, nein, sie sind Sklaven der Sünde und Jesus als den wahren Gebieter und Herrscher, den verachten sie. das sind drei Themen, Gottlosigkeit, Ausschweifung oder Sinnlichkeit und Verleugnung, sodass sie in Rebellion gegen den Herrscher sind, was wir wiederfinden, diese Merkmale finden wir wieder auch in anderen Abschnitten, wie zum Beispiel, das ist unser zweiter Unterpunkt, die Verse 5 bis 18, der Hauptteil in diesem Brief, die Verwahrung zum Gericht. Also die ersten vier Verse, Gruß und Anlass und der zweite Teil 5 bis 18, die Verwahrung zum Gericht. Zum einen wird die Gottlosigkeit veranschaulicht in den Versen 5 bis 10. Ich lese es mal, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremden Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen, alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Nun, wir finden erst einmal einen Vergleich mit dem Gerichtshandeln Gottes im Alten Testament. Wir finden den Unglauben Israels, dass sie, nachdem sie gerettet wurden, dann doch vertilgt wurden, weil sie nicht an das Wort Gottes glaubten. hier ist ein interessanter Hinweis noch, in Vers 5 heißt es, ich will euch aber, obwohl ihr alle wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, und tatsächlich heißt es in den ältesten Manuskripten Jesus, ich will aber, dass ihr euch erinnern, dass Jesus, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Also der Unglaube Israels nach der Rettung aus der Sklaverei in Ägypten, dann sind sie doch die ganze Generation umgekommen in Israel aufgrund ihres Unglaubens und dann ist das zweite Beispiel der Hochmut der Engel, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben. Hier bezieht es sich wahrscheinlich auf den Fall der Engel mit Satan, wo wir im Alten Testament nur so ein bisschen vereinzelte Hinweise finden, aber keine direkte Erzählung, aber wir wissen doch, die gefallenen Engel oder die Dämonen, sie sind, sie haben ihren himmlischen Herrschaftsbereich verlassen, sie sind mit dem Teufel in Sünde gefallen und es gibt einige, die versuchen das zu verknüpfen mit der Situation vor der Sintflut, wo gesagt wird, dass die Göttersöhne, die Söhne Gottes verkehrten mit den Töchtern der Menschen und dachten, das ist vielleicht irgendwie ein Hinweis, dass Engel sich mit Frauen eingelassen haben, aber das ist eher unwahrscheinlich, entspricht auch nicht der Lehre über Engel, die wir erfahren, sondern hier geht es nicht so sehr darum, um Unzucht, sondern um diesen Hochmut, dass die Engel mit dem Teufel sozusagen diese Verehrung Gottes und den himmlischen Raum verlassen haben. Und dann kommt aber als drittes das Thema Unzucht und zwar der Sodomiter, das ist uns natürlich bekannt, Sodom und Gomorra und hier heißt es Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und dieses wie sie bezieht sich nicht auf die Engel, sondern auf die Städte Sodom und Gomorra. Also es gibt noch umliegende Städte, die wurden auch vernichtet, erfahren wir in 1. Mose 18 und sie trieben Unzucht und zwar indem sie hinter fremdem Fleisch herliefen und das ist hier ein Hinweis auf Homosexualität und dafür wurden sie gerichtet finden das ja auch es kamen zwei Engel dort in die Stadt aber sie dachten es wären Besucher die sie schänden wollten und jetzt gibt Judas diese drei Beispiele wo einmal das Volk Israel einmal die Engel selbst die sich aufgegehrt haben gegen die Herrschaft Gottes und dann die Ausschweifung der Sodomiter und drei Beispiele von einem Gericht in alttestamentlicher Zeit und dann verknüpft Judas es mit dem ebenso törichten Handeln dieser falschen Lehrer sie sind unrein sie beflecken das Fleisch sie sind hochmütig sie lästern gegen alles oder sie rebellisch und sie sind ungläubig sie verstehen nämlich nichts sondern sind wie unverständige Tiere und hier will er also aufzeigen okay diese Leute die scheinbar irgendwie so einen Eindruck auf euch machen nun ihr solltet erst mal verstehen dass Gott sie zum Gericht bestimmt hat denn sie leben genau das aus was was wir in der in der Schrift finden was Gott gerichtet hat und dann finden wir in den Versen 11 bis 13 ihre Gefahr für die Gemeinde veranschaulicht wehe ihnen denn sie sind den Weg keins gegangen haben sich verloren dem Irrtum Biliams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korach sind sie umgekommen diese sind Flecken bei euren Liebes Mahlen in dem sie sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden Wolken ohne Wasser von Wind fortgetrieben spätherbstliche Bäume fruchtlos zweimal erstorben entwurzelt wilde Meereswogen die ihre eigene Schändlichkeiten ausschäumen Irrsterne denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist Hier wird ein Vergleich gezogen von Judas mit Abtrünnigen im Alten Testament Kain und Biliam und Korach also solche die auch in gottloser Weise gehandelt haben aber es gibt hier eine Gemeinsamkeit bei allen denen sie haben nicht nur Gericht auf sich selbst gezogen sondern sie wurden zu einem Schaden für andere Kain der seinen Bruder erschlagen hat und damit im Grunde schon sofort eine klare Trennung auch in dieser ersten Familie verursacht hat und wegziehen musste Biliam der brachte Unzucht und Götzendienst in das Volk Israel aufgrund von Gewinnsucht und durch seine obwohl er erst sagte ja ich kann die ja gar nicht verfluchen wenn Gott sie segnet so hat er es doch geschafft dadurch dass er Frauen in das Lager gesandt hat auf seinen Rat dass dann das ganze Volk gerichtet wurde von Gott aufgrund ihrer Unzucht und dem Götzendienst und dann auch der Widerspruch Korachs hier haben wir auch das ja Korach mit seiner Sippe und noch ein paar anderen sie sagten wieso soll Gott eigentlich nur zu Mose sprechen er kann doch auch zu uns sprechen und was macht Gott er sagt okay Mose tritt mal zur Seite die Sippe Korach soll sich mal finden im Heiligtum soll jeder ihre Pfanne mitnehmen und Räucherwerk drauf machen und dann verzehrt er sie und auch alle ihre Familien und auch sie führten das ganze Volk zu einer Aufruhr zu einem Murren und Klagen und so beschreibt Judas hier an diesen drei Personen wie sie zum Schaden wurden für andere aufgrund ihrer Gottlosigkeit aufgrund ihrer Ausschweifung aufgrund ihrer Rebellion haben sie nicht nur Gericht auf sich selbst gezogen sondern auch noch einige andere in einer Weise beeinflusst dass es zum großen Schaden für sie wurde und deswegen beschreibt er den ebenso großen Schaden für die Gemeinde und hier verwendet er einige oder sechs Bilder sechs Sprach Bilder das was hier mit Flecken übersetzt ist heißt eigentlich Klippen also gefährliche Klippen vielleicht kennt ihr das wenn man irgendwie wenn ein Schiff irgendwo an einen Ufer zu nah an eine Insel oder sowas kommt dann muss man aufpassen dass da nicht Klippen unter dem Wasser sind unter der Wasseroberfläche was die man nicht gut genug sieht und dann plötzlich fährt das Schiff auf diese Klippen und reißt sich den Bug auf und er sagt diese sind solche gefährlichen Klippen bei euren Liebesmalen also da wo die Gemeinde zusammenkommt um gemeinsam zu essen um Gemeinschaft zu haben um sich auszutauschen da kommen sie auch hin aber es geht ihnen nur um sich selbst sie wollen einfach nur den größten Profit für sich selbst haben und bringen damit richtig eine Gefahr für die ganze Gemeinschaft und für das Vertrauen untereinander sie sind falsche Hirten sie weiden nur sich selbst und nicht die Herde sie sind wasserlose Wolken ich vorstelle das ist ein heißes Klima und man hofft nur wann wird es endlich regnen und dann kommt tatsächlich eine Wolke und man denkt endlich es bewegt sich was kommt eine Wolke und sie zieht einfach vorbei kein Regen drin hat keinen Effekt und so sind auch die da gibt es eine Hoffnung man erwartet etwas eine Erfrischung von ihnen und sie geben sich vielleicht selber als solche die viel zu geben hätten und hinterher ist überhaupt nichts dabei fruchtlose Bäume bezeichnet sie sogar als zweimal erstorben und entwurzelt also die bringen auf gar keinen Fall mal irgendeine gute Frucht sondern sie haben überhaupt keine Wurzeln sie sind völlig tot dreckige Wellen wenn man sich vorstellt man will sich irgendwo erfrischen erquicken in einem fluss oder an einem strand im meer und plötzlich merkt man da das schäumt nur alles an Müll und Unrat auf da ist überhaupt keine Erfrischung wenn man da reingeht dann ist man dreckiger als als man zuvor war und so beschreibt er hier auch diese wilde Meereswogen die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen und zuletzt als trügerische Irrsterne bevor man einen Kompass hatte waren natürlich die Sterne die wichtigsten Punkte um sich zu orientieren aber wenn dann irgendwie es gab manchmal Irrsterne also gar keine Fixsterne sondern Planeten oder auch verglühende Sterne Sternschnuppen oder sowas und man dachte erst man kann sich orientieren und plötzlich verbrennen sie und sie waren eine falsche Orientierungspunkt und in dieser Weise beschreibt Judas nun diese falschen Brüder diese Leute die sich als Christen ausgeben aber doch in ihrem Wesen gottlos sind und völlig ausschweifend sündig sind und rebellisch sie wollen überhaupt keiner Herrschaft sich unterordnen sie sind wie solche wie diese Bilder von denen man sich eigentlich irgendwie etwas positives erhofft und hinterher tritt das Gegenteil ein und dann beschreibt er in den Versen 14 bis 18 ihr sicheres Gericht Vers 14 es ist aber es hat aber auch Henoch der siebente von Adam an von ihnen geweissagt und gesagt siehe der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben diese sind Murrende die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen ihr aber geliebte gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte denn sie sagten euch dass am Ende der Zeit Spötter sein werden die nach ihren gottlosen Begierden wandeln diese sind es die Trennungen verursachen irdisch gesinnte Menschen die den Geist nicht haben bis Vers 19 und hier finden wir zum einen das Gericht über diese gottlosen vorausgesagt zum einen von Henoch der siebte von Adam wenn man Adam mitrechnet in Erste Mose finden wir diese ja etwas geheimnisvolle Person Henoch und er sagt hier gibt es eine Weissorgen die finden wir nicht im alten Testament finden wir nicht in der Bibel ich werde nachher noch etwas dazu sagen aber worum es Judas hier geht ist dass es eine Gerichtsankündigung gibt für alle Gottlosen und auch wegen ihrer Werke der Gottlosigkeit und der Weise wie sie diese Werke ausgeübt haben nämlich gottlos und von all den harten Worten die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben also nicht nur die Werke sondern selbst die Worte also eine Gerichtsankündigung mit einer Vertiefung was denn genau Gott richten wird und wofür und dann beschreibt aber auch dass die Apostel des Herrn des Herrn Jesus Christus auch schon voraussagten denn sie sagten euch dass am Ende der Zeit Spötter sein werden die nach ihren gottlosen Begierden wandeln also Henoch sozusagen ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte in Erste Mose der siebte Generation und dann bis ganz ans Ende die Apostel die kurz vor Judas hier auch an die Gemeinden geschrieben haben und solche Warnungen ausgeführt haben und er zeigt sie führen genau diese Gottlosigkeit von denen sowohl Henoch als auch die Apostel das angekündigt haben durch Manipulation einerseits unzufriedenes Murren sie klagen über alles fühlen sich völlig ungerecht behandelt sind ständig irgendwie unzufrieden und andererseits reden sie aber stolze reden sie prahlen sie rühmen sich selbst halten sich für die größten und aber auch dieses fleischliche Handeln sie wandeln nach ihren Lüsten wie die nach ihren Begierden wie die Apostel es gesagt haben und dann kommen wir zum letzten Hauptpunkt in den Versen 20 bis 25 die Bewahrung im Glauben und dann finden wir zum einen in den Versen 20 bis 23 den Gebrauch heiliger Hilfsmittel ihr ihr aber geliebte erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben betet im heiligen Geist erhaltet euch in der Liebe Gottes indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben also wie können wir uns in der Liebe Gottes bewahren und wir haben jetzt dieses schreckliche Bild der der Ehelehrer und das Gericht das schon sicher ist dass auf sie kommen wird Gott verwahrt sie zum Gericht und ihr ganzes Leben veranschaulicht warum sie das Gericht verdient haben und wie es auch schon angekündigt war und jetzt ist aber sozusagen dieser Punkt wozu soll das alles dienen nun wir sollen uns davon abschrecken lassen wir sollen das erkennen wie gottlos diese Leute sind wie sehr sie für das Gericht bewahrt sind aber wir sollen uns im Glauben bewahren also wir sollen umso mehr darauf achten dass wir ihnen nicht gleichtun und wie bewahren wir uns in der Liebe Gottes nun wir sollen uns einander auf den überlieferten auf den heiligen Glauben auferbauen wir sollen wir sollen das das Wort Gottes kennen und wir sollen uns das zu Herzen nehmen wir sollen dadurch gestärkt werden wir sollen wir sollen darauf unseren Glauben aufbauen nicht auf irgendwelchen Träumereien oder irgendwelchen falschen Lehren von Leuten die vielleicht überzeugend reden können aber doch nicht den Glauben wie er überliefert wurde von den Aposteln bestätigen und dann heißt es betet im Heiligen Geist manche meinen dass es hier um Sprachenrede geht aber ich glaube der Unterschied ist eher betet tatsächlich so wie der Heilige Geist es uns lehrt dass wir beten aber lieber Vater dass wir nicht einfach nur beten und meinen eigentlich die anderen weil wir große Worte schwingen und so rhetorisch irgendwelche langen Gebete halten und Jesus sagt wie die Heiden die plappern oder auch die Pharisäer die vielleicht extra lange Gebete geben wollen um zu beeindrucken betet im Heiligen Geist so dass es wirklich diese Verbindung mit dem Herrn besteht und aus der Kraft und Gnade des Heiligen Geistes der uns mit Gott dem Vater verbindet dass wir in dieser Weise beten sollen und erwartet die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus hier geht es um die Wiederkunft Jesus wird wiederkommen und und das in Barmherzigkeit er wird er wird uns zu sich nehmen und wir werden bei ihm sein in alle Ewigkeit und aller Schmerz und alle Tränen und alle Schwierigkeiten werden vorbei sein wir sollen die Bewahrung und Glauben eines der wichtigsten Punkte ist die Gemeinde da werden wir auferbaut in dem Glauben da lernen wir zu beten im Heiligen Geist da lernen wir gemeinsam zu warten und zu harren auf Christus der wiederkommt und unser ganzes Leben unser ganzes Weltbild ein Stück weit davon prägen zu lassen aber nun gibt es auch einige und das ist ja auch mit ein Grund warum Judas diesen Brief schreibt die die sind durchaus davon betroffen sie wurden von diesen falschen Lehrern ziemlich fortgezogen und hier gibt es aber unterschiedliche Stadien es geht hier darum erbarmt euch über eure Geschwister hier heißt es in Vers 22 und der einen die zweifeln erbarmt euch rettet sie indem ihr sie aus dem Feuer reißt der anderen aber erbarmt euch mit Furcht indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hast und hier ist es ein bisschen schwierig in der wie genau das gegliedert ist ob das nun zwei Parteien sind zwei Gruppen sind oder drei Gruppen ich tendiere eher dazu dass es hier sich um drei Gruppen heißt dass die einen die zweifeln man sich erbarmt soll die anderen retten soll die indem man sie aus dem Feuer reißt also die schon ein Stück weiter gegangen sind als nur zu zweifeln und und die dritte Gruppe dass man sich über sie erbarmt mit Furcht indem man sogar das von Fleisch befleckte Kleid hasst wir können sagen die verwirrten die verirrten und die infizierten und es ist interessant es gibt quasi unterschiedliche Stadien wie diese Beeinflussung ist vielleicht manche die einfach noch ein bisschen am fragen sind vielleicht ist da was dran was sie sagen vielleicht sind manche schon so weit dass sie selber in ihrem Leben schon einiges an falschen Gewohnheiten haben und andere die sogar schon wie diese falschen Lehre auch andere versuchen davon zu überzeugen und für alle drei Gruppen gibt Judas durchaus noch diese Meinung wenn möglich versucht sie wieder zum gesunden Glauben zu bringen wenn möglich versucht sie heraus zu retten aus diesem gefährlichen Stand in dem sie sich befinden hier ist also Weisheit und Seelsorge gebraucht die Situation richtig zu verstehen nicht mit dem gleichen Hammer überall drauf zu hauen sondern obwohl Judas hier so kräftig gegen die Irrlehrer wettert hat er durchaus dieses Empfinden ja es kann auch uns Christen passieren dass wir von manchem irgendwie beeinflusst werden und hingezogen werden und verleitet werden und er schreibt diesen Brief und sagt okay die Situation ist wirklich gefährlich das ist genau das was was Gottes Gericht auf sie ruft aber schaut wie in der Gemeinde doch auch versucht werden kann hier Menschen wieder zum wahren gesunden Glauben zurückzuführen und und finden wir neben dem Gebrauch heiliger Mittel auch in den Versen 24 und 25 das Vertrauen auf Gottes herrliche Retter macht dem aber der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag dem alleinigen Gott unserem Retter durch Jesus Christus unseren Herrn sei Herrlichkeit Majestät Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten Amen Gott zu erkennen bedeutet auch seine Macht und sein Wesen zu erkennen er ist fähig er hat Kontrolle er hat absolute Macht alles zu einem guten Ende zu führen er ist fähig zu bewahren anstatt diese ungläubige Gottlosigkeit er ist fähig tadellos vor sich hinzustellen anstatt der unsüchtigen Ausschweifung dieser Ehrelehrer und er ist fähig mit Jubel vor sein Angesicht zu stellen anstatt diesem rebellischen und Hochmut der Ehrelehrer also genau das diese Gefahren die dort bestehen durch diese Ehrelehrer dass man zu einer Gottlosigkeit einer falschen Ausschweifung und Unreinheit und zu einer Rebellion und einem Hochmut gegen Gott geführt wird nun Gott ist fähig uns zu bewahren im Glauben in Tadellos in der Heiligung dass er uns reinigt und uns lehrt auch und uns alle unsere Schuld vergibt und mit Jubel vor sein Angesicht zu stellen dass wir uns freuen werden an seiner Herrschaft an seiner Majestät dass wir auf seine Kraft vertrauen und uns freudig unter seine Herrschaft finden ja wir finden hier durchaus einige Hinweise auch auf Christus obwohl es so ein kurzer Brief ist wir finden dass er in Vers 1 in einer Reihe mit Gott dem Vater genannt wird die in Gott dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind hier wird die die Gott hat Jesu betont indem es auf einer Stufe steht mit Gott dem Vater in Vers 4 wird er der alleinige Gebieter und Herr genannt etwas was was wir im Alten Testament auch auf Gott bezogen finden und hier heißt es im Grunde Jesus ist nicht nur der Herr von den Gläubigen das ist er natürlich in der Weise dass er sie bewahrt und dass er ihr Retter ist aber Christus ist auch Herr und Gebieter über alle gesetzt die ganze Erde sie ist ihm unterstellt und umso mehr ist diese Rebellion und dieser falsche Hochmut der Ehelehrer etwas was was Christus selbst richten wird deswegen ist es auch interessant in Vers 5 wenn wir sehen dass dass die die ältesten Handschriften hier Jesus anstatt der Herr haben dass Judas wahrscheinlich tatsächlich darauf hinweist das war Jesus der schon im Alten Testament das Volk Israel herausgerufen hat wir finden das ja auch bei Paulus der dann auch sagt im Grunde dass der Fels aus dem das Wasser kam ist es auch ein Bild für Christus dass Jesus selbst sagt dass Manna das geregnet ist ist ein Hinweis auf ihn und wir finden aber nicht nur sozusagen Hinweise auf seine Versorgung sondern eben auch dass Gott der sich im Alten Testament offenbart hat eben auch der dreieinige Gott ist und der sich eben auch in dem Sohn der auch in dem Sohn wirksam war und gleichzeitig er ist der Retter aber auch der Richter ja die die er zwar irdisch herausgerettet hat aus der Sklaverei in Ägypten gleichzeitig hat er sie auch vertilgt in der Wüste also es reicht nicht einfach aus zu einem äußerlich zu dem Volk zu gehören wenn doch innerlich völlige Gottlosigkeit besteht und in Vers 25 finden wir dann auch dass das gottvillige Herrlichkeit gebührt aufgrund der der Rettermacht Jesu also Gott er bekommt Herrlichkeit durch Jesus Christus weil er in Jesus ist er der Retter und dann wie schon gesagt auch dieser Hinweis auf die Wiederkunft Vers 21 erhaltet euch in der Liebe Gottes indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben dieses Erwarten zum ewigen Leben ist dieser Hinweis mit dieser Barmherzigkeit Jesu Christi ist das gemeint dass er kommen wird und uns hineintragen wird aber gleichzeitig auch in allen Situationen in denen wir uns befinden wir erwarten natürlich auch in den Schwierigkeiten dass der Herr uns nahe ist und dass er uns barmherzig ist dass wir ihn bitten können dann finden wir einen Hinweis auf die Rettung zum einen die Berufung den Berufenden die in Gott dem Vater geliebt sind also Gott selbst ruft zum Glauben durch sein Wort das gilt für alle Gläubigen in den Gemeinden Judas spricht sie an als die Berufenden die Geliebten die Bewahrten die die zum Glauben gerufen wurden durch das lebendige Wort Gottes die sind es die seit Ewigkeit vom Vater geliebt sind und in Ewigkeit in Jesus Christus bewahrt werden und dieses Thema der Bewahrung ist ein wichtiges Thema hier in dem Brief heißt ja schon gleich in Vers 1 und in Jesus Christus bewahrt sind und dann auch in Vers 24 dem aber der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag also das was den ganzen Brief umrahmt ist Gott kann euch bewahren bei all diesen schrecklichen Verführungen bei all diesen heimlich eingeschlichenen Leuten die solch eine Gottlosigkeit und solch eine Gefahr und solch einen Schaden mit sich bringen Gott kann euch bewahren richtet euch auf den Herrn aus die Berufung zum Glauben offenbart bereits viel von dem Wesen des Glaubens Gott schenkt Glauben Gott schenkt Veränderung Gott schenkt Bewahrung die die er beruft die bewahrt er auch und das ganze in Heiligung Judas selbst er nennt sich einen Knecht oder Sklaven Jesu Christi der Glaube ist den Heiligen überliefert und das ist ein Kontrast hier zu den Irrlehrern in all ihrer Gottlosigkeit diejenigen die wirklich zu Gott gehören sie sind solche die ganz anders sind als diese Irrlehrer denen das Gericht die zum Gericht aufgeschrieben sind sondern sie sind geistig gesinnt sie suchen nach dem was heilig ist und ordnen sich willig dem Herrn und seinem Wort unter und dann noch zuletzt ein paar Besonderheiten zum einen wurde schon früh der Judasbrief ein bisschen in Zweifel gezogen weil er scheinbar Schriften zitiert die Apokryph sind also die nicht zu den apostolischen Schriften gehören nicht zu den kanonischen Schriften sondern Schriften die so im Judentum kursierten laut Clemens von Alexandrien ist dieser Hinweis dass der Teufel mit dem Erzengel Michael nach dem Leib Moses um den Leib Moses Stritt kommt es aus einer Schrift die heißt Himmelfahrt Moses oder Asumtio Moses aber das lässt sich nicht nachweisen es gibt zwar diese Schrift der Himmelfahrt Moses aber da findet sich nichts von irgendwie so einem Dialog zwischen einem Erzengel Michael und dem Teufel könnte sein dass einfach die ganze Schrift haben oder vielleicht war es auch nie drin gibt hier dieses Zitat was er bringt der Herr schelte dich finden wir allerdings auch in Zachariah 3 Vers 2 wo es ja tatsächlich auch ein Engel mit dem Teufel spricht wo es dann um den hohen Priester Joshua geht aber genau es ist nicht es ist nicht ganz deutlich ob das hier auf eine Apokryphe Schrift sich anlehnt oder nicht dann ist aber die Frage wenn dieses Zitat von Henoch dem siebenten von Adam wo er hier das kommende Gericht von den das der Herr gekommen ist mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben es gibt tatsächlich eine Schrift die nennt sich der Erste Henoch eine jüdische Schrift die sehr beliebt war inhaltlich ziemlich schräg muss man sagen auch nicht etwas was was wirklich besonders auferbauend ist sondern er liest sich eher wie ein merkwürdiger Fantasy Roman aber dieser Autor er schreibt aus der Sicht von oder vermeintlich aus der Sicht von Henoch und auch von Noah und da kommt nun ein Vers vor der recht ähnlich klingt ist es nicht identisch sind einige Wörter die sind anders und manches ist nicht enthalten oder anders auch in einer anderen Zeitform und dergleichen aber man findet das eben und wahrscheinlich sogar auch schon vor dem ersten Jahrhundert auch wenn dieses Buch scheinbar noch weitergeschrieben wurde dann auch bis ins zweite Jahrhundert hinein aber die Frage ist okay was zitiert Judas jetzt hier irgendwelche Apokryphen Schriften die also eigentlich gar nicht von Gott inspiriert sind auf der einen Seite kann das natürlich sein wir finden das auch bei Paulus oder so der auch griechische Philosophen zitiert und sagt okay dieser Teil ist wahr Epimenides oder dergleichen und es kann natürlich sein dass er hier sagt diese Schriften die sind sehr verbreitet sind sehr bekannt und zur Veranschaulichung zitiert er diese Verse ich tendiere aber zu einer anderen Option und zwar glaube ich dass Judas hier mündliche Überlieferungen zitiert die dann auch in Apokryphen Schriften sich wiedergefunden haben also das ist bei den Juden gab es durchaus so einige Traditionen wir finden das auch im Timotheusbrief wo Paulus zum Beispiel nennt dass die diese Zauberer von dem Pharao Janis und Jambres hießen finden wir nicht in 2. Mose aber es gab sozusagen jüdische Traditionen die das so ein bisschen weitergeführt haben und aus meiner Sicht ist das eine Möglichkeit dass sowohl dieser Streit um den Leib Mose als auch diese Weissagung von Henoch eventuell eine bekannte mündliche Überlieferung war die dann eben auch in solchen zeitgenössischen Schriften auch mit aufgenommen wurden aber nicht unbedingt dass Judas von ihnen abgeschrieben hat denn ich denke eher dass es ihm tatsächlich darum geht dass er sozusagen eine der ersten Prophezeiungen von Henoch und dann der letzten Prophezeiungen von den Aposteln hier gegenüber stellt und sagt hier in der ganzen in der ganzen Heilsgeschichte wird gewarnt vor solchen und wird betont dass Gott richten wird und deckt damit sozusagen diese Spanne ab aber auch dafür gibt es keine Sicherheit also es kann durchaus sein dass er auch andere Schriften zitiert hat aber dann eben nicht als biblische Schrift oder kanonische Schrift damit deklariert hat er sagt nicht es steht geschrieben sondern er lehnt sich halt nur daran an oder sagt dass Henoch geweissagt hat aber dieser Begriff dass er geweissagt hat lässt mich eher dazu tendieren dass er glaubte dass es hier eine überlieferte Weissagung von Henoch gab der dann ja entrückt wurde in den Himmel und auch wenn sie nicht in den Büchern Mose geschrieben steht noch eine weitere Besonderheit in Judas Brief wird betont dass das Gericht Gottes ewig ist er hat das zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt heißt es hier über die gefallenen Engel und dass sie als ein Beispiel vorliegen indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden Sodom und Gomorra die wurden da gab es ein Feuer es regnete Feuer und Schwefel aber irgendwann war es vorbei aber Judas sagt ja aber diese gottlosen Seelen die gerichtet wurden das ist nur ein Beispiel sie erleiden in der Hölle ein ewiges Feuer wir können also sagen bei all dieser Gottlosigkeit und dem Gericht das Gericht ist nicht dass diese Leute irgendwann nichts mehr mit Gott zu tun haben ich sage immer gerne die Gottlosen werden Gott nicht los denn das Gericht ist ewig Gottes Zorn wird ewig über ihn sein er er heizt beständig das Feuer an gegenüber die die sich gegen ihn erhoben haben und dann passend zu dem zu der heutigen zu der Predigt heute Morgen wir finden hier in im Judas Brief auch diese diese Vergleiche diese Analogien auch diese diese Bilder die er gebraucht gerade auch aus dem Alten Testament und sagt hier schaut das das Gericht über Sodom und Gomorra es zeigt auf es weist über das Gericht hinaus zu einem noch größeren Gericht ja und und so finden wir hier auch was wie Kain und Biliam und Korach beschreibt und sagt ja das ist passiert und gleichzeitig ist es eine Warnung für uns denn wir sind genauso genauso anfällig verführt zu werden oder genauso anfällig uns selbst in große Schwierigkeiten zu bringen oder auch andere und so sehen wir auch hier diesen dieses Verständnis der Bibel und auch des Alten Testaments als etwas was uns auch für uns im Reich Christi etwas lehrt und wovon wir profitieren können soweit zum Judas Brief gibt es hier Fragen oder Anmerkungen Nancy Hast du etwas zu sagen da über das Thema von vor Zeit Petrus oder hat es ja ich genau es gibt ich wiederhole das mal ob der Judas Brief vor oder nach dem zweiten Petrus Brief geschrieben wurde 2. Petrus 2 da finden wir ganz ähnliche Reihenfolge und auch ähnliche Themen und teilweise sogar Formulierungen wie hier im Judas Brief und es gibt unterschiedliche Ansichten hat sich Petrus vielleicht auf diesen Judas Brief bezogen oder hat sich Judas eher auf den Petrus Brief bezogen ich tendiere dazu dass Judas sich auf den Petrus Brief bezogen hat weil er beschreibt dass auch die Apostel ihnen schon etwas eine Vorwarnung gegeben haben also wenn es hier heißt in Vers 17 ihr aber geliebte gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte denn sie sagten euch dass am Ende der Zeit Spötter sein werden die nach ihren gottlosen Begierden wandeln ich glaube dass er unter anderem zweiter Petrus Brief meint genau und deswegen ja aber wir haben da keine ganz gewissen Beweise aber ich denke und bei Petrus scheint es auch eher so dass er warnt vor ihr Lehrern die kommen und hier bei Judas heißt es sie haben sie schon eingeschlichen also es ist fast wie so noch einen Schritt weiter und dass er jetzt nochmal daran erinnert hier die Apostel haben euch schon gewarnt und ich warnt euch die ganze Schrift und jetzt müsst ihr zusehen dass ihr fest werdet im Glauben und vertraut auf die Bewahrung im Herrn ok ok